Hallo zusammen, ich bin Bösser Gummibaum und ich werde heute wieder live streamen. Heute ist Samstag der 29.08 Uhr, wir werden um 3 Uhr anfangen. Drüben auf www.twitch.tv-bösser-gummibaum. Sorry für die späte Ankündigung, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt stream heute, aber es sollte sich ausgehen. Circa um 3, drüben auf www.twitch.tv-bösser-gummibaum und wir werden Battle Ballers weiterspielen, wie auch schon die letzten paar Streams. Ich freue mich, wenn wir wieder in der Vorbeischaut. Bis dann!